Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Rocket League, wieder mit der Spoo. Hi, hi. Oh, oh, oh. Oh, das war ein episch krasser Fehler, den habe ich sogar gesehen. Ja, ich war so am Anfang. Oh. Aber das war auch ein episch krasser Fehler, aber nicht mal von mir. Ich war besoffen beim Fliegen. Nein. Oh, der war knapp. Oh, der war knapp. Oh, der war knapp. Der war scheiße erwischt einfach. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann man... Ja. Ja, okay. Das kann man mal machen. Er hat alles für uns gerichtet. Kann man mal so machen. Ja, gut. Mach weg. Das soll keiner sehen, wie ich dann vorbeifliege. Das war ziemlich fail. Oh mein Gott. Er wollte es auch nicht sehen. Ja, Gott sei Dank. Oh. 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 Nein. Nein. Oh Gott. Was mache ich denn? Ja, der Richtungswechsel kam. Du, 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 du. Du weißt schon, das rote Tor, da müssen wir raufschießen und das blaue ist unser, gell? Ach so, war das Spiel. Stimmt. Ja, stimmt. Jetzt habe ich es verstanden. Oh Mann. Ja. Ja, wir wollten halt sein Eigentor wieder. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es wieder 0-0 und alles ist gut. Ja. Alles wird ausgeglichen. Oh. Oh. Oh, gut. Oh, nee. Schade. Okay. Du fährst los und ich fahr los. Das war fail. Die ganze Zeit hast du gelauert. Was spielen wir hier eigentlich? Spoo verarschst du oder was machen wir hier? Ja, definitiv. Das läuft auf jeden Fall. Ja, gar nicht. Das macht aber nix, mein. Hui, der ist. Oh. Den hat er von der Linie gekratzt. Okay. Kommt noch mal. Kommt noch mal. Kommt nicht noch mal. Ja, der ist aber immer noch bei denen. Der ist immer noch bei denen. Das läuft. Oh, der kommt bitte. Der kommt bitte. Ja, ja. Schlechtes Timing. Oh. Nein. Nein. Schon wieder verfehlt. Oh. Oh. Alles. Oh, das ist ja so knapp wie es hätte ich es nicht gedacht. Ja, 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 ja. Muss ich auch mal erst wieder einspielen hier. Äh. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du bist du. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ziemlich peinlich gerade. Ich schäbe mich. Es tut mir leid. Spoo. Schenk mir Vertrauen einfach. Bitte. Oh Mann. Das läuft ja überhaupt nicht bei mir. Aber auch die Teil gibt es. Oh. Oh. Puh. Der war auf jeden Fall knapp. Aber er war nicht. So. Jetzt. Er war stark. Schön nochmal in die Mitte. Genau. Freies Tor für dich. Oh. 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 Ja, aber frei ist zu einfach. Oh Mann. Ich treffe diesen Scheiß. Oh, der ist drin. Oder auch nicht. Juhu. Ich brauche Boost. Hast du den? Nein. Kein Problem. Du weißt, wenn die fliegen ist. Also wenn die so hoch sind. Das ist nicht. Oh. Aber auch nicht rein. Was ist denn da los? Die kompletteste verrückte Runde aller Zeiten. Wir treffen ja gar nichts. Das ist ja brutal. Also wenn wir das doch gewinnen. Was mache ich denn? Das gibt es ja gar nicht. Ich bin von der Linie. Alter. Alter. Was ist denn da los? Jetzt aber. Nee. Danke. Oh. Schade. Aber der kommt nicht wieder. Ja, irgendwas ich glaube das Spiel macht heute irgendwie. Oh. 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 Aber jetzt. Oh. 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 Ich hoffe den Kopfklatscher hat man gehört. Was mache ich denn? Oh. Okay. Aber wir haben noch 1,20. Das reicht locker. Für den Ausgleich zumindest. Optimist. Immer. Oh nö. Das gibt es doch nicht. Wie kann das denn nicht reichen? Was ist denn? Oh. 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 Ich bin zu langsam. === Ich treffe keinen einzigen Ball. Weiß ich was ich heute hier treibe aber ich Treffe keinen Ball. Irgendwie läuft es halt nicht so wirklich rund bei mir. Jetzt aber! Yeah. Noch 30 Sekunden, Spoo, das schaffen wir. Es wird verdammt knapp. Knapp ist unser Ding. Ja, aber es kommt dieser Anstoß, ne? Ja, aber das packst du, Spoo, ich hab volles Vertrauen in dich. Komm, Spoo. Oh, 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 oh. Ja, der kommt nochmal. Ich zwar vielleicht eher fliegen müssen, aber gut. Och, leck mich doch am Sack. Ich höre jetzt gleich auf zu spielen. Der geht noch, oder? Ja, ja, ja. Nix. Och, Mann. Das ist so... Ach, ja gut. Aber es war das erste Spiel. Ja, da verlieren wir eigentlich fast immer. Ich wollte gerade sagen. Das müsste, glaube ich, mittlerweile jeder von uns gewohnt sein. Ja, jeder sollte sich die Punkte ansehen. Dann weißt du auch, warum. 370, 370. Oder welche Punkte meinst du? Ich verstehe gerade nicht. Ja, 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 ja. Nein, normal hast du mindestens doch nicht so viele wie ich. Ja, wobei, in den letzten Folgen hattest du auch schon wieder... Ach, genau so viele wie ich. Also das muss man ja... Ich muss ja auch sagen, du hast dich arg verbessert. Oder ich mich arg verschlechtert. Ich glaube aber eher du dich arg verbessert. Das wäre jetzt so einfach gewesen. Ja, aber sonst weil der eine gar nicht spielt irgendwie. Oh. Aber jetzt nicht mehr, nee. Das stimmt. Kann man mal machen. Ah doch, ich glaube jetzt ist er wieder mit dabei. Ja, der ist ja auch gefahren. Ja, ja, hm. Keine Ahnung. Oh. Oh. Oh, ich hüpfe schon wieder daneben. Und ich hüpfe wieder daneben. Das ist ganz stark von mir heute. Ja, ja, ja. Ja, macht Zweck, wie kann er sehen. Ja, doch, Achtung, wo ich stehe. Er lag genau auf der Linie. Ich konnte nichts mehr. Egal. Naja, nicht so egal wie. Jetzt müssen wir schon mal gewinnen, sonst wird es schon langsam peinlich, ne? Ja, das stimmt durchaus. Ja, der geht. Aber wir sind ja schon wieder in Führung, also von daher alles easy. Der guckt sich auch jedes Tor an, gell? Der Punkt, Punkt, Punkt. Genau, richtig. Punkt, die Punkt, die Punkt, die Punkt. Oh, ich fliege. Oh, nice, Bu. Da komme ich nicht mehr dran, aber... Ich wollte halt auch nur so tun, als könnte ich fliegen. Nein! Den hätte ich fast noch... Okay, jetzt hast du mich ein bisschen verliert. Ja, du weißt also, das ist Glückssache bei mir, ne? Ja. Oh, das war auch Glückssache. Sorry. Ich verfehle ihm wieder. Reißt, Tor, reißt, Tor, reißt, Tor. Ja, da mach ihn. Willst du die Entstehung? Guck dir mal die Entstehung. Achtung. Ah, die sieste. Doch, ich fliege wieder schön drüber. Ach so, ich habe den eh nicht von dir geklaut. Ich dachte, der hätte es ihm so langsam gespielt. Ne, ne, ich habe mich nicht getraut, ich bin rumdrüber geflogen. Aber der wäre wahrscheinlich egal. Egal. Das... Nix gibt's, Digga. Oh, Massenkarumpolage gibt's, ja. Uh, uh, uh. Oh, oh mein Gott, warum? Oh, ja, das macht nix, das macht nix. Oh, nein, ich spring schon wieder vorbei. Warum? Guck's dir nicht an. Eben, will keiner sehen. Ich bin schon wieder dran vorbeigesprungen. Nicht mal der Punkt. Das gibt's doch gar nicht. Okay, da kommt der Mono. Oh, und der kommt immer noch. Jetzt ist er aber weg. Und der war wieder ganz schlecht. Aua. Der hat mich angestimmt, der Bongo. Jetzt, Bu. Oh, schade. Ja, nein. Dies macht nix. Na ja, so fette Führung haben wir noch nicht. Doch, jetzt. Ja, langsam kommst du wieder in Fahrt. Ja, wenn ich so mal den Ball da hinten schon wieder treffe. Ich stand daneben und hab zugeguckt. Das war doch auch der Plan. Wir verwirren die Gegner. Oh, kommt da, kommt da, kommt da, kommt da. Hier kommt. Ah, er trifft sie wieder endlich. Aber der war ziemlich cool von ihm. Und der trifft sie zwar, aber er schießt daneben. Okay, den hab ich nicht. Nice. Der war gut gemacht, gell? Ja, muss man, muss man mal lassen. Ja. Oha. Hepp. Er kommt auf jeden Fall in die Mitte. Oder auch nicht. Habe ich. Okay. Da habt ihr mir den Ball geklaut. Warum macht ihr denn sowas? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh. Oh. Danke. Nein. Warum? Wie? Ich dachte, du triffst den. Was ist denn los heute? Irgendwie ist heute nicht Chilis Tag. Oder zumindest der Tag, das daneben. Oder das ist richtig. Spring, fliegen, spielens. Aua. Uiuiui, das war knapp. Ja. Alles ist immer noch knapp. Ah, Ball ist weg. Ich hab halt auch keinen Boost mehr. Oh, Spoo, Spoo. Ah, so, schade. Achtung. Uiui, und er kommt wieder zurück. Ins... Nicht wahr? Nein! Ein Doppelnein. Aua. Aua. Du fährst immer dahin, wo ich auch gerade hinfahre. Hallo? Aua. Ey, was ist hier los? Ich spoo mag heute noch. Du machst das, oder? Du fährst zu mir und dann tust du so als welches gewesen. Du fährst zu mir! Mit der Mitte, Mitte. Nein! Wie? Hä? Okay. Hm, vorbei. Achtung. Oh, der hat mich überhoben. Aber wie? Dreister Typ. Ich hab die schon wieder weggehauen. Entschuldigung. Aber, es gibt der Sieg. Das Buh will ich nochmal hochhalten. Schade. Ja gut, eine Niederlage, ein Sieg kann man auch mal machen. Wettvollster Spieler ist natürlich Chili. Ja. Ach ja, wenn euch die Folge gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss! 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 Tschüss!